boom boom so das einmal bitte her oh da sind wieder kugeln ich habe kugeln entdeckt und kommt da raus so einmal kurz hier runter den laser kaputt machen hey der überlebt verdammt ja ich komme ja nicht mehr dran toll machen wir den aber hier so kaputt oh 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 hey du fällst immer tiefer und ja hast eigentlich keine möglichkeit ja okay das video ein bisschen leben was ich an erzen verliere so da hat sich irgendwas keine chance du fällst da ist ja auch nur noch ein loch okay repartor kosten 1 dollar da kann ich mit leben ja wie viel repariert er mich denn für zwei dollar juhu ein bisschen tolle sache jetzt muss ich ja echt erstmal ein bisschen knete farmen um überhaupt mit vollem leben dahin zu kommen manu 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 das ganze erz ey ich glaube ich sollte wirklich ich glaube ich sollte echt ein teleporter einfach mitnehmen wenn da ähm an der ding ist wo ich jetzt da an meinem ziel quasi keiner ist dann ähm kann ich ihn zumindest setzen ok und ja ich hole mir auch den dampfhammer also das hydraulik ding war nicht ja das ist einfach sind zwar noch je menge hier die ich brauche aber was soll ich machen was soll ich machen teleporter zack weil du kommst einfach nicht mehr nach oben dann nein den würde ich jetzt aber hier nicht ausgewählt haben den teleporter nicht dass ich mir den ja irgendwo irgendwo setze wo ich da nix von hab gehen wir euch nochmal runter so und dann gucken wir nochmal dass wir hier ein paar erze gefarmt bekommen ein bisschen was sehe ich da schon noch auf der karte ähm ich bin aber dafür an der falschen position so ähm und dann da hinten links ja da ist es ich muss ja zumindest mein leben voll machen aber vielleicht finde ich ja sogar noch ein paar kugeln dabei habe ich das hier gelöst ähm ja ich glaube das habe ich gelöst da ist mich auch nichts mehr zu holen so okay ähm karte irgendwo erz wenn das so ganz so klein ist dann weiß ich manchmal nicht ob das jetzt wirklich erz ist oder einfach nur ein stein der so einzeln irgendwo steht ich glaube ich habe hier tatsächlich alles abgegrast äh da 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 ist überall nix so die Hülle hatte ich gemacht ja wo man nach links laufen naja aber auf der karte ist so nix zu sehen oder da hinten da ist doch was weil ja hier ist es weil das war einfach ein punkt mitten im schwarz das konnte ja nur erz sein öpp hier runter also ich will eigentlich schon hey bleib da oben drauf ähm möchte voll in Leben da runter gehen weil vielleicht hat der hier sogar Leben kann ich mir ein bisschen Geld sparen fahr mich einfach die Dinger ab ist ja auch nicht weiter schlimm ähm hier ist soweit nix da ist noch so ein Vieh zack da auch wieder Leben bekommen ja kann ich mir auch kriege ich das von jenstens voll und kann mir noch ein bisschen Knete sparen ich denke mal das sollte jetzt auch dann wirklich ausreichen da ist noch so ne äh ja so ne Höhle und das sieht interessant aus weil keine Nummer dran steht eventuellerweise aber der ist auch noch so ein Vieh gewesen egal hab ich das noch nicht gelöst aber ich glaube doch mit dem langen Sprung ne das war wahrscheinlich äh so ah guck mal hier da war ja doch mal Erz und da sind Kugeln ah hatte ich doch noch nicht gelöst sehr schön so so lieben wir das zack zack sehr schön ja da war die ganze Session auf jeden Fall nicht umsonst äh und das ist so aber das ist halt die 1 da ist nix bei vielleicht ne doch ich glaube nicht äh Sachen wo ich nicht dran gekommen bin guck mal eben hopp reinleuern auf der Karte sehen wir es dann hier oder soll ich was sehen ne sieht nicht so aus hm ich bin ja auch Depp das ist ja nur mit dem Laufen hier ja ja da müssten wir alles haben lassen wir das gehen wir nach oben machen unser Leben voll und dann gucken wir dass wir wieder da runterkommen und dann und dann unser ganzes ja erz wieder einsammeln und dann mal verkaufen ja ich habe noch ein bisschen was gefunden ja das reicht auf jeden Fall der wollte ja eben irgendwie 22 oder so haben für die Reparatur das ist nur noch 13 gut und 16 Kugeln das heißt wir können auf jeden Fall für ähm ja drei Sachen kaufen wenn wir denn die Knete dazu haben jetzt müssen wir mal gucken dass wir auch ähm das Erz einsammeln was wir ja und auf der Strecke haben nicht einsammeln können weil einfach zu voll die Taschen ähm ja dementsprechend wenn man darüber nachdenkt sollte man sich auch echt immer viel Platz holen ne in den Taschen also kannst eigentlich nicht so viel Platz haben du brauchst es ja doch ähm hacken wir uns eben hier durch äh da sind ja Kugeln vollkommen übersehen so haben wir die auch wieder ein paar mehr so jetzt geht's ja hier schon ganz weit immer gut in die in die Leere deswegen mal gucken ob wir hier schon im Teil immer runtergerutscht sind ohne dass wir das Erz mitnehmen können weil das ist mir ja gar nicht so selten passiert so ähm Wasser ist voll brauchen wir nicht rein so hä warum ist der nicht explodiert ja toll so will ich das doch nicht das kostet mich doch zu viel Leben immer so hier haben wir Erz da fliegen wir natürlich direkt wieder weg aber okay so habe ich mir das vorgestellt aber eigentlich sollte der Leser mich nicht erwischen bumm so da haben wir auch wieder Erz okay also diese explodierende Dinger und die Leser sind halt echt hardcore hardcore fies nein ich wollte doch da wollte ich doch dran komme ich da wieder nicht dran die Typen die sind auch extremst nervig hier ist ein Sack von mir ach ja klar das ist auch ein Sack von mir da kriege ich nicht alles mitgenommen und dann kam ich auch nicht mehr rauf zack meins ist meins bleibt meins äh bop bop ganz kurz ein bisschen Wasser da ist ähm nix so ähm daher habe ich ja den Umweg schon gebastelt dann holen wir uns hier noch das Erz raus ich habe hier einen Teleporter dabei wie gesagt und dann können wir uns hinterher bevor ich jetzt hier runterfalle okay ähm wie komme ich denn da ein bisschen jetzt dran ich glaube gar nicht mehr ne ah man ist echt blöd kommen wir hier runter da müsste auf jeden Fall auch irgendwo was drin sein aber kurz hier hin und dann runter müssen wir gleich auf Erz stoßen da ist Erz so okay und ansonsten ist hier aber offenbar nix hier nochmal durchbohren da haben wir nochmal Erz okay äh machen wir uns hier einen Durchgang da sind noch mehrere Erzquellen äh was wollen wir hier noch eventuell da ist gar nix okay dann muss man ein bisschen geschickt sein bumm Licht auch nicht schlecht ähm ne hier runter unter uns ist auch irgendwo Erz und das holen wir uns ah ne Kugeln sogar also jetzt kriege ich aber gerade Kugeln hier ohne Ende aber ich brauche sie auch ich brauche sie auch ähm kommen wir hier durch und dann hier weiter durch da ist nochmal Nummer zwei Erz vorkommen alles meins muss ich mal gucken wie ich jetzt nach unten da komme hier komme ich nicht durch nein zack man geh weg geh doch mal weg hier du blödes Vieh ey so jetzt in Ruhe zack ah komm ich aber der hinten auch wieder das Erz nicht dran oh ein Diamanten könnte mir vorstellen dass der ein bisschen was wert ist so ja ja kommen wir nochmal an ein bisschen was ran den mache ich aber eben hier den Laser weg so und hier runter komm schon dann kann ich den Laser gleich auch weg machen so einmal danke ähm nein verdammt das wollte ich eigentlich so nicht ah ja toll ja haut mich hier wieder alle weg ey boah meine Güte ähm ah wobei doch das können wir so machen mach ihn weg hier zack da war neben oh ähm ja ah boah das ist ein Stress hier da muss ich hin glaube ich zumindest aber den Laser hier weg ähm eigentlich will ich den das Ding nicht kaputt machen ja das hat er kaputt gemacht ah man warum geht hier immer alles dem Bach runter so ähm da da will ich hin danke ah ich krieg den ich krieg ihn wieder auch nicht kaputt okay das ist so eine Dingens Kirchens ich glaube ich bin wieder zu tief aber ähm weißt halt auch nicht wie du ähm hochkommen sollst kann ich den nicht aufstellen dann halt hier Puh Dolcy muss man eben verkaufen netter fangen ja das war sogar richtig netter fangen da gab richtig knete äh schaden reduktion Puh da hast du schon aber ordentlich was von mir bekommen hallo ich brüchte da wieder was ähm tasche tasche ich glaube ich nehme wirklich die Tasche ja bitte danke okay noch eine Tasche gibt er mir auch nicht Scheidensreduktion wow denn die äh 25% Scheidensreduktion wenn man die Winkel der Brüstung anpasst treffen die Gegner nicht mehr richtig das ist natürlich auch geil aber das sind mal eben 3000 die er da haben will ne eine Menge Kugeln also da kann man auch hier noch gut was machen nochmal mehr also bei Wasser habe ich jetzt eigentlich gar kein Problem momentan ähm leben immer hab ich immer zu wenig von weil auch so viel da immer explodiert hier ja kannst du mal bitte voll machen danke sehr schön dann können wir jetzt erstmal das eine da machen bevor wir hä nein so ähm ja geht doch kaputt boom war so nicht ungebringend geplant hm also die Kugel will ich ja haben ne so ah hey Kugel bist du her danke ähm ach ja okay jetzt sind wir hier aber durch und machen wir den hier platt so